Shit! Schlag ihn nochmal! Danke! Uah! Oh! Ich dachte er wäre tot! Wie viel Leben hatte der denn noch? Der kann doch kaum mehr was gehabt haben! Starr! Toll! Wieder ist die ganze Erfahrung flöten. Manchmal ärgert man sich echt hart über sich selber. Also richtig, richtig hart. Damit bitte nicht mich treffen. Fände ich echt nicht in Ordnung. Shit! Ich liege schon so halb auf dem Stuhl. Das kann doch nicht wahr sein. Dieses dreckige, mistige Skletting. Das ist der schlimmste Gegner, den ich je... Die schlimmste Art von Gegner, die ich je bekämpft habe, glaube ich. Die sind so scheiße! Ich lasse mich aber auch jedes Mal nochmal wieder von denen treffen, ne? Na komm! Du bist ein blödes Mistviech! Und tschüss! Ach komm, nö, da brauche ich erstmal noch keine Heilung, glaube ich. Das geht, glaube ich, aber erstmal noch so. Aber ich brauche meinen, genau. Das brauche ich mal gerade wieder. So! Immer mit der Wand kuscheln. Äh! Ah ne, nicht mit der, mit der anderen. Mit der hier. Mit dieser Wand möchte ich gerne kuscheln. Äh! Ihr seid boof! So! Genug mit der Wand gekuschelt. Nach unten wollen wir. So! Kann ich eigentlich hüppen? Das kurze Stück. Ich dachte gerade, ich brauche meine Lampe schon nicht mehr. Aber, nope! Bevor ich da runterfalle. Und das komische, gigantische Skelettgerät nochmal töten muss. Lass ich das lieber. Bin aber auch der Meinung, das ist ein ganz schön böser Weg für den Boss. Das ist nicht schön. Vielleicht ist es Absicht, weil der Boss selber gar nicht so schwer ist. Na, wobei, also, ne? Da sind halt ein Haufen dreckige Ads dabei, die nicht schön zu töten sind. Also, die man halt nicht töten kann. Ich treffe hier die ganze Zeit mein Mikrofon versehentlich. Achso, das ist... Das ist eigentlich schon ein Scheißboss. Weil der hat halt viele kleine Mistviecher dabei. Wenn man da irgendwas gegen tun könnte, wäre der ja super einfach. Shit, das ist das. Na, ich will erst den anderen killen. Ja. Au. Au. Alter, ich sterbe hier gleich. The fuck. Hallo. Jetzt geht das nicht so schlimm. Und wenn du den anderen scheiß machst und auf mich drauffällst. Nop. Nop. Nop, 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 Nop. weiß nicht ob der gerade auf mich schießt scheinbar aber nicht okay dann kann ich mich kurz heilen ist nicht so schlimm ich habe jetzt ich gerade richtig schiss gekriegt das hätte mir auch schnell die hose gehen können da ist wie ich runter fällt es so freund warum kommt das andere nicht wieder dann geht doch so 1 ich lasse mich doch von deinen blöden pfeilen nicht treffen mit kannst du knicken na gut okay sie sind in meiner nähe die ganze zeit eigentlich aber ihr wisst was ich meine so gut ins gesicht wo steht jetzt noch betroffen hätte ich hätte nicht in diese richtung zurückweichen sollen das war eine ganz blöde idee glaube ich hallo 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 naja wobei shit doch das war eine ziemlich dämliche idee au der hat mich ja tatsächlich getroffen der penner au alter shit 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 der kommt alter hau ab Hilfe gut dass ich da ich weiß nicht ob die auffrischung dass sie sinnvoll war gut dass ich da den sprungangriff gemacht habe sonst hätte das wahrscheinlich nicht gereicht das wäre sehr sehr ungünstig ausgegangen für mich glaube ich aber er ist tot das heißt der bogenschütze sollte eigentlich auch kein großes problem darstellen hallo nicht shit au au und nochmal ich wollte gerade sagen es sah so aus als wollte er noch mal aufstehen hatte aber nicht gemacht zu seinem glück so jetzt die magier noch mal in ordentlich also dieses mal in ordentlich hoffe ich das war nicht so geil das war überhaupt nicht so geil shit die die alle so komisch in der gegend rum da heile ich mich lieber erst mal und versuche die dann irgendwie ordentlich zu killen ordentlich meine ich am besten so hat aber nicht funktioniert schade eigentlich alle die zielen ja ein kleines bisschen was zwei von dem liebsten mitgenommen ist auch gut zack und ja gut dass ich meinen langen sperr habe und es hat wieder nicht funktioniert mit dem anspringen ja ich bin hier weg da sind diesmal sind zwei hier das ist auch nicht so schön da das ist doch nicht wahr das warum hat er diesmal schneller geschossen als die gerade ich bin gerade ein kleines bisschen genervt wie man das vielleicht merkt der weg zu den bossen der weg zu dem verdammten boss ich weiß nicht wie ich das jetzt gemacht habe aber es war ziemlich cool also ich habe ihn geboren ich habe ihn richtig hart geboren pfuh ok dann wieder hier einmal durch durchschlawinern wie man das so schön nennt irgendwann hat man das bestimmt mal so gut nicht irgendwann hat man das mal so genannt ich möchte glaube ich gar nicht ganz genau wissen wann man das so genannt hat aber man hat es mal so genannt ich weiß nicht was da jetzt gerade irgendwas ist gerade gestorben für 1000 für 1000 xp irgendwas ist gefallen das kann keins von den großen füchern gewesen sein denn die eben eigentlich 1500 xp scheinbar weil ich habe jetzt ich hatte ja 1 2 davon getötet und hat mir 1500 xp gegeben so wenn ich da jetzt wieder hinkomme dann kriege ich natürlich einen haufen xp wieder das bringt mir nur leider nichts weil ich dafür den boss töten muss wenn ich den boss aber töte dann sehe ich schon dass ich danach wieder an irgendwas sterbe und dann wahrscheinlich meine xp nicht mehr ausgeben kann ich weiß nicht boss xp verbrauchen das scheint mir irgendwie immer also entweder ganz einfach oder ganz schwierig es kommt immer darauf an was hinter dem boss ist hinter dem boss natürlich wieder sowas ist wie bei den beiden bei ornstein und smoke oder wie die viecher heißen dass man dann direkt dahinter mehr oder weniger keine probleme mehr hat erstmal dann geht das natürlich wenn das aber nicht der fall ist dann ist das schlecht so es hat deutlich besser geklappt als eben schauen wir ob das auch wieder deutlich besser klappt als vorhin nur ich glaube ich warte diesmal noch ein bisschen oder ich mache den au und kriegt dann voll auf die mütze von dem viech toll ich glaube der wunderbar wenn man nicht einen fehler macht macht man halt einen anderen tut man ja immer ich habe übrigens auch immer noch nicht nachgeguckt was mit den weißen brocken machen kann die ich die ganze zeit kriege nö 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 war nicht nah genug daran jetzt aber ins gesicht oder in eins von mehreren weiß nicht was davon alles ein gesicht ist und was nicht aber irgendetwas davon ist bestimmt ein gesicht so jetzt bin ich mir inzwischen auch schon wieder gar nicht mehr ganz so sicher ob das eine clevere idee ist da ist er wohl runter gesprungen was das ja ob das eine allzu clevere idee ist die magie so frontal anzugreifen ich mache erstmal wieder eine auffrischung eine habe ich ja mehr oder weniger macht sie dann auch nicht aus aber wahrscheinlich ist das sogar gar keine dämliche idee ist zu versuchen wieder also manchmal schießen die schneller und manchmal schießen die weniger schnell manchmal machen die halt irgendwie diese großen schüsse und behalten nicht shit das war nämlich dann blöd das auch das war richtig blöd irgendetwas ist gerade nicht das ist überhaupt nicht gut was gerade passiert fall runter und dann lass mich hier weg ich muss hier ganz dringend weg und mich heilen wir sind viele kleine skelette da davon kommen ordentlich hoch die anderen nicht so sterben keine skelette die will ich gerade nicht ihr nervt ihr nervt 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 okay immer hier noch ein weißer brocken ja warum nicht soll ich über sagen diesmal mache ich erstmal die hier die stehen hier gerade so beruf in der gegend rum und nerven das noch mal nein einige von den kleinen viechern hier so halt ich möchte das gerade gar nicht möchte diesen weißen brocken haben jetzt war kein weißer wochen sondern eben so eine maske aber da drüben ist erstmal mein kram noch so nervige skelett dinge so irgendwo ist noch da ist noch ein gut schießt du man erst mal ist okay dann machen wir das nämlich so hast du noch gut für mich dabei bevor die kleinen skelette kommen nope hast du nicht zack durch die kleinen skelette durch ich gehe ich auch noch oh shit da kommt einer runter das ist nicht so schön dich auch dich auch und dich auch kampf den berg nach oben ist normalerweise schwierig hat aber wunderbar funktioniert 21.000 wenn ich die jetzt noch irgendwo ausgeben könnte wäre das ja richtig cool kann ich aber gerade leider nicht ähm das war blöd das war wieder nicht das was ich machen wollte egal ich gehe jetzt direkt da durch und kann mal gucken ob es vielleicht noch lange genug hält dass es was bringt so noch regeneriere ich nämlich leben so und vielleicht regeneriere ich das jetzt bis der boss tatsächlich da ist nämlich schon wieder voll dauert ja immer so ein bisschen die Zwischensequenz von dem der ist doof ich mag den nicht also eigentlich wie gesagt er wirkt nicht so richtig schwierig wahrscheinlich müsste ich den auch irgendwie wie gesagt mit einer göttlichen Waffe wäre der bestimmt ziemlich cool oder vielleicht auch mit einer Feuerwaffe oder so man weiß es nicht genau Au da zieht er mir direkt erstmal das Schwert ins Gesicht und nochmal diesmal bin ich immer ausgeglichen und werde direkt von einem Haufen nerviger, ekliger Gegner attackieren machst du bitte deinen ich töte alles danke das das ist das ist sehr freundlich von dir töte einfach mal alles und dann bin ich unterwegs und möchte dir gerne ins Gesicht hauen shit das war nicht so geil aber noch regeneriere ich mich tatsächlich sogar und weg 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 ich überlege gerade ob ich mich nochmal heiler aber ich möchte eigentlich auch nicht zu viel Kram verbraten wow ich bin getroffen ich glaube ich sollte einmal weg ja dann mach diesen Kram das ist sehr gut gerade wenn du den Kram nämlich machst kann ich mich jetzt hier heilen während du alles von deinen Leuten tötest und ich danach direkt wieder angreifen kann das ist perfekt was du da tust das ist nicht so perfekt was auch immer es genau ist was du da tust what the fudge tut er da ähm ähm dude ich möchte hier raus ich möchte hier ganz gerne raus ähm le crap alter und und hin rücken rein nope ok ich bin weg mach du man mach du man kram nach vorne aber ich bin dann wieder da und hau dir nochmal in den allerwertesten rein nope 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 shit das hat mich übel getroffen das fand ich auch nicht so schön vor allem weil jetzt die ganzen großen Typen ankommen äh nö ich möchte nicht nochmal von dir du darfst mich nicht mitnehmen ich gehöre nur mir alleine ah au wir brauchen mal ewig um sich von seinem ich nenne es mal von seinem Schlag zu erholen ne aber das macht der Schwinde diesen scheiß das hatte die ganze das habe ich noch nie gesehen dass er das überhaupt gemacht hat was wäre das ne neue Attacke von ihm die er vorher nicht drauf hatte Piks ich weiß gar nicht ob ich ihn jetzt getroffen habe oder nur sein komisches Skelett ich wollte eigentlich ihn treffen shit hat aber nicht funktioniert au ähm nein weg 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 er belebt sich sie beleben sich gerade alle wieder und sterben jetzt direkt wieder finde ich gut shit aber ich bin ausgewichen nice hallo nein 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 ich muss hier ganz schnell weg und ich weiß nicht ob doch es müsste reichen hier jup die Reichweite reicht der Weg reicht besser gesagt ich weiß nicht was du da gerade gemacht hast aber ich fand es nicht in Ordnung so jetzt muss ich hier ganz schnell weg jetzt muss ich hier ganz 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 schnell weg shit es wird nicht reichen lauf springt tu irgendwas alter puh shit nice er hat mich damit nicht getroffen immerhin immerhin nein weg 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 nie ich will hier wieder weg 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 Porque in die Verastragung Counter keinen bock habe auf irgendwelche auf irgendwelche überraschungen irgendetwas was ich nicht so richtig abwehren kann oder so das ist gerade auch nicht gut das nicht doch ich bin weit genug weg dann ist er gut trefft ihn nicht warum treffe ich ihn gerade nicht jetzt habe ich ihn getroffen aber es hat nicht so richtig gereicht und ich habe einen haufen leben verloren ich weiß nicht genau wovon also ja von ihm aber inwiefern von ihm shit das war nicht so gut ich liege da so innen rum hast du vielleicht nein das meine ich nicht das fand ich noch nicht so toll eigentlich ich muss mal gerade irgendwie shit das ist nicht gut nein nein leben lebt du lebt crap nein 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 hat er mich gerade nicht so richtig aufgenommen gekriegt aber er macht seinen kram und ich werde sterben sterben verdammt immer so auf dieser höhe von der seiner hp immer wieder an ungefähr derselben stelle und es ist auch jedes mal wieder dasselbe bei diesem drecks wie ich gehe zum boss ich verhau den boss was dann tötet mich dieses viech 20.000 mal das ist doch zum mäuse welken das geht doch nicht das kann doch nicht sein oh mann nein yes 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 Vielen Dank.